Ich schaff's nicht immer noch 4-5 Stunden am Stück. Ich fahr aber einfach mal fast. Ja. Mal ein später weiter. Sei hat's. Mhm. Ich schreit's nicht wegen MSK. Ja, was? Ich weiß es nur nicht wegen MSK. Okay, ich hab's gesagt, du hast das halt nicht so. Ich muss gucken. Was machst du jetzt noch? Aber ich bin, ich bin ordentlich blitzender gestiegen, ne? Was ist? Aber ich bin ordentlich blitzender gestiegen, ansatz vorher. Ich bin jetzt blitzender 100 kregen. Das trotzdem noch ein Low-Level. Ja, trotzdem bin ich ordentlich gestiegen, musst du es zugeben. Hier kommt der nghi pastell. Pfft. Ich hab's ne Pause. Ich bin hier im falschen Film, ne? Scheiherz? Ja? Sonst kann ich dich, ähm, noch mal nachher karrieren. Bin ich hier falsch oder masturbiert sie sich gerade? Ich weiß nicht. Das kann man. Mastübiert sie sich gerade? Die masturbiert sich jetzt gerade nicht, ne? Was ist das? Die masturbiert sich gerade, ne? Das heißt, er ist nicht gegangen. Wie alt ist sie, Niko? Niko, wie alt ist sie? 16. Wie ist die 16, Mann? Kopf hoch. Wie ist die 16? Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Oh ja. Das tritt für mich. Guck mal, ob ich sie gut ist, hab ich das Gift für Holz gemacht. Für mich reicht sie aus. Ist sie gut für mich? Geflogen? Okay, wer auf? Voll, also blew. Full Damage. Full Damage. Voll Damage. Das war zu viel. Ich habe mehr als du, als hätte ich. Ich habe... Ich habe mehr als 8000. Ich habe 3000. Ich habe 9800. Ich brauche alles jetzt. Ja, gib mir mal ein bisschen. Brauche ich. Ich führe ich bereits alles. Wollah, ich weiß alles. Da bin ich gierig, mein führe iches Harz. Ja, da bin ich gierig mit einem MSK. Du liegst da. Ich hätte es gar nicht sagen dürfen. Habe ich den auch? Ich habe den gewicht. Nein. Gib mir ein K. Nein. Dann suchen wir lieber andere dort MSK lieber. Weil ich spare halt gerade auch ganz viel. Da habe ich... Ich kann dir fahrhäustige Kräuter geben. Speck. Ja, Speck hier. Gönn dir. Komm her. Und? Ist das genug? Ist das genug? Kannst du mir mal deine Stats zeigen? Zeig mir mal einen hier, Pat. Nein. Doch. Okay. Scheiße. 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 Alter, die kommt nicht gut. Ja, Lüb. Ich weiß nicht, Lüb. Der Lüb. Der hat doch schon locker weit 10 Minuten. Lüb, Lüb. Was macht du da eigentlich? Ich suche gerade Tänze. Ja, das sieht eher aus, als würde ich ein Schnick-Schnack-Schnuck spielen, oder? Das heißt Schere, Steinpapier. Das heißt Schere, Steinpapier. Das ist halt Schnick-Schnack-Schnuck. Das Problem ist, Nico sie ist nicht bei dir. Nico sie ist nicht bei dir, ihr habt gelogen. Mama, guck mal, ich bin Michael Jackson mit Moonwalk. Nein! Mama! Nein! Jetzt mal eine ernsthafte Frage, okay? Nein, warte. Jetzt eine ernsthafte Frage. Ich hab auch eine ernsthafte Frage. Nein, warte. Warte. Schön, Nico. Du bist schon immer wieder guter. Demogierst du jetzt nicht mehr, oder? Angenommen. Warte mal. Angenommen Unglück und ich werden Geschwister. Würdest du verzweifeln? Sowas wie Gehen hätte ich garantiert nicht in die Welt gesetzt. Warum nicht? Äh, nein. Du bist nicht richtig in meiner Gegend, die ich war an. Unglück ist toll. Was ist Braun? Das dreht sich. Was? Mann. Aber Unglück ist toll. Du hast keine Freundin, du hast keine Freundin, du hast keine Freundin. Wäre Unglück dein Bruder. Du hast keine Freundin, du hast keine Freundin. Na? Dann würdest du Unglück nämlich überhoffentlich mehr toll finden. Nein. Dann würdest du ihn genauso scheiße finden wie Tobi. Und wäre Tobi nicht dein Bruder, sondern wäre Tobi dein Kumpel Unglück, dann würdest du den geil finden und dir wünschen, dass wir... Nein. Nein. Genau so. Tobi ist ein kleines Fortnite-Kiddy. Ja. Wie gesagt, wenn Unglück und Tobi die Rollen tauschen, dann würdest du genauso rum. Nein. Achso, Mama? Mama? Ja. Ich lass mit dir reden. Würdest du sagen, du magst Unglück? Äh, ich bin gar nicht, aber das letzte Mal ging er mir auf den Sack. Okay, ich ruf den mal gleich, ich ruf den nachher an. Okay, tryhard, was gibst du mir für einen MSK? Ich geb nichts mehr, ich geb halt nix. Ich brauch meine Sachen. Dann gib mir noch ein bisschen Bright. 200. Hab ich nix. Dann gibst du mir 200 Sonnen. Hab ich nix. Doch, hast du. Nein, n Screenshot. Ach, schon leider. Dann schickst du mir 200 Effis. Oder 280. Effis brauchst du sowieso nicht. Gut, dann gibst du mir 500, weil du die nicht brauchst. Oh, Alexa? Stopp. Danke. Ja. 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 Ja.